Die große Frage ist wirklich, ist jetzt das erst wirklich der Anfang von einer langen Gold-Kurse, dass wir dann noch Kurse bei 3000 oder noch höher sehen werden? Dass du hier auf einen Kurs rücksetzen und würdest du dann kaufen oder sagst du ja, das war jetzt ein Aufbäumen, die haben doch recht, Tesla geht unter. Wie sind die letzten Wochen bei dir gelaufen? Es war sehr wechselhaft, volatil und herausfordernd. Wieso hast du Sonnenblumen gepflanzt, die dir eingefroren sind? Nein, Garten ist nicht mein Metier und eingefroren wären sie sicher. Gut, dann lass uns doch jetzt am besten mal den S&P 500 anschauen, den DAX, das Gold und dann noch Tesla. Die hat ja während den vergangenen Tagen wirklich für Furore gesorgt. Ja, da ging die Post wieder ab, einmal mehr. Beim S&P 500 gab es ja von Anfang bis Mitte des Monats einen ziemlich kräftigen Rücksetzer von fast 7%. Und wenn wir jetzt da schauen, es ist fast zwei Drittel der Aufwärtsbewegung, die zwischen Januar und Ende März stattgefunden hat, wurde wieder egalisiert. Ja, das ist so. Ich meine, ich habe schon eher gedacht, es kommt früher zurück. Aber diese ganze AI-Geschichte hat das Ganze, glaube ich, dann nochmals nach oben gepusht. Und deshalb, glaube ich, war dann die Korrektur dementsprechend ein bisschen grösser und vielleicht auch schneller, als es sonst normal gewesen wäre. Also wir hatten ja eigentlich die ganze Zeit zwar neue Hochs, aber das Momentum war sehr gering. Und das ist dann wieder eine Frage mit der Trendqualität. Eigentlich zeigt das ja, dass der Trend irgendwo müde ist, aber man wartet halt einfach bis zuletzt. Ja, ich meine, du hast es ja eingezeichnet mit dieser Rising Wedge und für sich dann kam noch der Failorswing. Und dann wurde noch lange oben da rumgehangen und es hat dann schon gedauert. Aber am Schluss ist es abgelaufen wie meist und dann geht es dann schnell und dann kippt die Stimmung ein bisschen und jetzt kommt der Rebound, ja. Lass uns doch den Dax anschauen. Der hat das alles etwas prägnanter hier mitgemacht, aber auch da fast 7%. Was denkst du, wie geht es hier weiter? Ja, ich meine, jetzt sehen wir den Rebound. Ich denke, die Frage ist jetzt, ist es in dir schon wieder vorbei? Also du denkst, das ist ein Rebound hier? Ich denke, für den Moment sieht es nach Rebound aus. Also das heisst irgendwie, es dauert jetzt noch eine Weile und dann denkst du, geht es noch tiefer. Kommt nochmals eine Bewegung nach unten? Ist ja auch meine Meinung. Also ich meine, es gibt immer andere Möglichkeiten, aber für den Moment bis jetzt, muss ich sagen, es sieht so aus. Okay, gut, dann sind wir da mal einer Meinung. Also ich weiss jetzt auch nicht, ob jetzt da nochmals ein Schub nach oben kommt. Mag sein, irgendwie 18, 700 oder so. Mal schauen, eben da kommt sicher, jetzt kommen ja immer noch Earnings raus von Companies und das kann das Ganze schon nochmals beeinflussen. Ja, gut, es braucht wenig. Also man muss sich auch überlegen, 18, 400 bis 18, 700, das sind 300 Euro und das sind irgendwie 2%. Also so viel ist das ja auch nicht. Das ist so, aber wir wissen, wie es ist, wenn es noch eine Weile dauert und es steigt nochmal, dann will wieder jeder langsam. Ja, 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 man muss irgendwo einfach im Strom drin sein, da bemühen sich dann viele Leute. Ja, also du denkst, du würdest jetzt hier eigentlich eher Positionen dann abbauen wieder. Ja. Jetzt haben wir auch beim Gold eine grosse Aufmerksbewegung gesehen, 22% innerhalb von zwei Monaten eigentlich. Und jetzt steht Gold bei 2,400. Darüber haben wir im September, Oktober hier gesprochen. Unglaublich, wie das jetzt gelaufen ist. Ja, und ich meine, als wir darüber gesprochen haben, konnte sich das niemand vorstellen. Ich kann mich erinnern, da kam ja noch ein Analyst, der hat gesagt, ein Bankenanalyst, kann nicht steigen, das Gold, weil das bezahlt ja keine Zinsen. Und jetzt, wo man überall auf die Bonds oder auf die Anleihen wieder mehr Zinsen kriegt, ist das sowieso sinnlos. Ja, richtig. Und jetzt ist aber das genau passiert, dass die Zinsen ja über die letzten Wochen oder Monate gestiegen sind und das Gold ist trotzdem gestiegen. Und ich meine, jetzt kommen die Kaufgründe, eben die Inflation, die länger da bleibt, dann die ganze Verschuldung, wo man nicht mehr sicher ist, wie sicher ist denn das Geld, der Krieg ist da. Ich meine, es gibt jetzt wieder alle Gründe, die man schon vor drei, vier, fünf Monaten hätte aufzählen können. Ja, ja, die kommen jetzt. Es ist natürlich immer so, die steigenden Kurse, da braucht sich nur eine Geschichte dazu und dann sucht man und findet natürlich die Argumente dann auch. Wie geht es weiter? Ja, ich meine, Kursziel 2.4 erreicht, jetzt Korrektur. Ich meine, die große Frage ist wirklich, ist jetzt das erst wirklich der Anfang von einer langen Goldhusse, dass wir dann noch Kurse bei 3.000 oder noch höher sehen werden? Oder ist das jetzt, wie du dazu mal in diesem Flag gezeigt hast, Ausbruch, Flag, Ziel erreicht und jetzt geht es dann wieder lange, lange in einem neuen Bandbreite, vielleicht 2.200, 2.500? Ich weiss es wirklich nicht. Also ich glaube, die Geschichte, die wir diskutiert haben, September, Oktober, die ist jetzt mal abgeschlossen. 2.200, 2.400 haben wir gesehen. Jetzt muss man mal grundsätzlich einfach mal weiterschauen, was jetzt geschieht. Was man jetzt erkennen kann in der Kursgrafik ist so ein Konsolidierungsmuster. Das heisst für mich, im Augenblick wäre meine Erwartung, dass wir jetzt da vielleicht zwei Monate lang einfach Ruhe sehen und tendenziell auch etwas tiefere Preise, vielleicht sogar 2.250 oder so. Ja, und da muss man sich die Sache nochmal anschauen, werden wir hier bestimmt auch tun. Klar, lass uns jetzt doch noch die Tesla anschauen. Gut, ja, das ist die aktuelle Kursgrafik hier vom 30. April. Unglaublich, diese Aufwärtsbewegung, die wir jetzt während den letzten sieben Tagen gesehen haben, plus 40 Prozent. Also da wird ja sogar der Bitcoin neidisch. Ja, ist unglaublich. Ich meine, eben, man darf wieder nicht vergessen, vorher ist die Aktie auch gefallen, aber 40 Prozent in so kurzer Zeit ist schon unglaublich. Und es ist nicht, dass die Aktie übernommen wird oder sowas, sondern es kamen wirklich nur News von der Firma. Ja, also wir haben ja zusammen diskutiert und das lag ja in der Luft, dass da irgendwie eine interessante Situation entsteht. Deshalb haben wir auch diese Meldungen hier aufgezeichnet. Zur Echtzeit hier, beim roten Punkt, sieht man hier 16.04. kam die Meldung, dass Tesla 14.000 Jobs abbaut. Und das hat dann irgendwie riesen Ängste am Markt ausgelöst. Und ja, man muss verkaufen, es kommt nicht gut mit Tesla und so. Was sagst du dazu? Ja, eben. Kurse fallen, kommt so eine Meldung und man sieht es negativ. Und ich meine, man hätte auch sagen können, Kosten gespart, gibt mir Gewinn. Aber dann hätte die Aktie schon steigen müssen. Genau. Und wenn sie gestiegen wäre, wäre der Artikel vielleicht anders rausgekommen. Ja, gut. Ich habe zum selben Zeitpunkt mir angeschaut, wie die Beschäftigungszahlen bei Tesla aussehen. Und das hier sind die offiziellen Zahlen. Fast 150.000 Leute, die im Augenblick weltweit für Tesla arbeiten. Und was man da sehen kann, erstens, dass die Beschäftigungszahl über die Jahre hinweg konstant steigt. Und hier die gelben Balken, dass Tesla immer wieder zwischendurch Leute entlässt. Die sind halt offenbar auch agil. Ja, die sind agil. Und ich meine, sie ändern ja auch immer wieder ein bisschen in ihrer Strategie. Ich meine, Autobauen, ja. Aber ich denke, vor fünf Jahren haben sie gesagt, jedes zweite Auto sollte ein Tesla sein. Ich glaube, von diesem Plan sind sie ein wenig abgekommen. Jetzt geht es halt viel mehr in die Softwareentwicklung. Und da brauche ich Softwareentwickler und ich brauche keinen Autobauer mehr. Also müssen da ein paar Leute gehen. Auf der anderen Seite werden eingestellt. Dann gab es ein paar Tage später, drei Tage später, ein Charttechnikexperte einer Bank, der gewarnt hat vor einem weiten Kursdebakel hier. Das ist erstaunlich hier. Ja, hat dann aber doch zwei Tage recht gekriegt. Ja, genau. Und dann am Tage des Tiefs, das hat mich wirklich sehr erstaunt, da kam eine Studie raus. Die Meldung hat man ja überall gesehen, jetzt nicht nur hier. Das gab es im Ruder auch überall wiedergegeben. Drei Gründe, weshalb die Tesla-Aktie weiter abstürzt. Das ist so in einer Grammatik verfasst hier, die eigentlich impliziert, es ist in die Zukunft gerichtet. Dabei behandeln die IT-Vergangenheit. Ja, ich meine, das war jetzt wirklich, ich sage jetzt, ein unglücklicher Zeitpunkt, so einen Artikel zu veröffentlichen. Aber ich bin überzeugt, der Artikel wurde sehr, sehr stark gelesen, weil die Leute hatten ja Angst, dass es noch weiter runter geht. Und ich weiss nicht, es kauft immer jemand und jemand verkauft, aber es hat vielleicht schon nochmals Verkäufer ausgelöst. Ich glaube, da muss man auch mal die Intention sehen. Also wer so einen Artikel, das kostet ja nichts, die zu lesen, veröffentlicht, der wird durch Klickzahlen bezahlt. Und der braucht möglichst viele Leser. Das heisst, er muss die Leute bestätigen in ihrem Tun. Ich will ja, tendenziell wollen die Leute ja nichts lesen, was ihnen entgegenläuft. Also sie wollen bestätigt werden. Und wenn halt die meisten ihr Depot schon geräumt haben, die Angst haben, dann lesen die natürlich gerne, weshalb sie das richtig gemacht haben. Genau. Aber eben die smarten Käufer, glaube ich, die haben da die Aktie still und leise gekauft und freuen sich jetzt darüber. Ja, das darf man nie vergessen. Also hinter jedem Verkäufer steht auch ein Käufer. Und eigentlich müsste man sich nach einem solchen Kursrückgang von rund 50 Prozent, war das ja, müsste man sich eigentlich eher fragen, wer kauft bei diesen Bedingungen. Und das sind die smarten. Definitiv. Gut, dann kam da am Montag noch diese Meldung, dass Elon Musk in China ist. Ja, ich meine, ich glaube, der war schon ein paar Tage vorher bekannt, dass er dann nach China gehen wird. Und dann kam natürlich diese positive Meldung, dass sie jetzt auch dort ihres autonomes Fahren machen können und Daten sammeln können. Und das hat dann mit den gestiegenen Kursen dazu geführt, dass gleich noch oben drauf gepackt wurde. Also, ja, ich glaube, jetzt ist das auch wieder okay. Gut, also, ich meine, wenn wir jetzt mal die letzten zwei Jahre von Tesla anschauen, hier im Bild, was man ja sehen kann, ist, dass die Aktie einfach äusserst agil ist. Genauso agil wie die Firma selbst, die dahinter steht. Richtig. Und was dann ja immer geschieht bei solchen Konstellationen, da bauen sich auch öfters hat man solche keilförmigen Strukturen auf. Wir sehen jetzt hier eine Rising Wedge. Es gibt hier im Bild noch viele weitere Wedges, aber mal diese hier jetzt eingezeichnet. Und dann diese, die zuletzt entstanden ist, eine Falling Wedge. Das ist ja immer das Zeichen, dass der Markt sehr stark polarisiert ist, eben nach oben oder nach unten. Das ist so, ja. Und wie gehst du dann vor? Ja, ich meine, Wedge an und für sich zuerst erkennen. Das hast du ja gut gesehen. Das ist so ein Bodenbildungsprozess, also quasi das Flugzeug landet. Richtig, aber eben, es landet nicht gleichmässig und sanft, sondern es geht ruckwartig hoch und runter. Ich meine, wir sehen da… Also sind da diese Schwankungen. Genau, und ich meine, man hätte ja da im, was war das, dass wir irgendwo im März schon denken können, vielleicht ist es fertig und es geht jetzt dann nach oben. Aber ist man dann nochmals abgeprallt? Und dann kam jetzt dieser klassische Failure Swing nach unten. Das ist… Dieser Teil am Schluss, wo dann der Markt wirklich eine… Ja, wirklich, ich sage, nochmals die Krise kriegt. Und es ist dann schwierig, dort zu kaufen. Gut, lass uns diese Situation hier noch im Detail anschauen. Ich habe diese Falling Wedge jetzt da in Gross aufgezeichnet. Und das ist jetzt dieser Failure Swing, oder? Ich meine, hier hast du gesagt, eigentlich hast du schon Kaufgründe bei 170. Klar. Aber man weiss nicht, irgendwie geht es jetzt leichter schon, kommt es zu einer Bodenbildung, oder kommt hier noch ein Failure Swing. Das sind so diese zwei Möglichkeiten, die gibt es immer bei einer Wedge. Und etwa 20 Prozent der Situation endet mit einem solchen Ausverkauf, mit einem solchen Failure Swing. Wie gehst du denn da vor? Ja, ich meine, in die Schwäche reinkaufen, in die Stärke wieder was reduzieren. Gut, das ist ja immer gut. Das ist immer gut, aber in einer Wedge ist es speziell gut, weil bei einer Wedge weiss man an und für sich, sofern es eine Wedge ist, dass da dann immer wieder Gegenbewegungen kommen. Und man muss mit der Zeit immer eine grössere Position haben. Also man sollte was kaufen und dann, wenn es steigt, vielleicht die Hälfte wieder geben, beim nächsten Mal wieder zukaufen und dann bei der nächsten Bewegung oben vielleicht nur noch ein Drittel geben, dass die Position grösser wird. Weil die Gefahr besteht sonst, dass man am Schluss nichts mehr hat. Es kommt auch immer davon, was ist die Zielsetzung. Wenn du jetzt einfach dein eigenes Geld investierst und sagst, ja, ich bin von Tesla überzeugt irgendwie, das ist ein guter Business Case, dann musst du halt irgendwo in der Wedge drin einfach kaufen. Dann willst du ja nicht irgendwie darauf spekulieren, dass du dir einen absoluten Tiefpunkt kriegst. Dann kaufst du vielleicht mal ein Drittel. Und ja, entweder musst du dann kaufen, wenn es schon steigt offensichtlich. Oder du kriegst die Möglichkeit, hier bei einem Sell-off das zu machen. Das heisst jetzt hier bei 140. Das weiss man nicht, aber deshalb braucht es einen Plan. Man muss einen Plan haben. Und ohne Plan ist es halt einfach schwierig. Richtig. Und dann denke ich, macht es Sinn, irgendwelche Limiten reinzulegen, weil das geht meist so schnell, wie jetzt hier auch. Ich meine, wenn man nicht gekauft hat, irgendwo da unten bei 150, 140 keine Limite drin, am nächsten Tag sagt man, uh, hätte ich gekauft. Dann sehen wir, der nächste Preis ist irgendwie 160. Ja, ja, das hätte ich. Ja, ja, das ist oft. Jetzt hat Tesla jetzt unser errechnetes Preisziel, also ich glaube, vor zwei, drei Wochen haben wir eine Studie herausgebracht, 205, 210 ist jetzt eigentlich mehr oder weniger erreicht worden. Ich glaube, jetzt ist mal der meiste gelaufen. Glaube ich auch. Ich meine, jetzt ist die Frage eben, gibt es jetzt einfach Konsolidierung auf diesem Level? Gibt es einen Rücksetzer? Ich meine, wie wir gesehen haben, sehr volatil. Also 10 Prozent ist ja bei Tesla nichts. Nein, 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 das muss man wirklich sagen. Das muss sich jeder bewusst sein, der da mitmacht. Also 10 Prozent kann wirklich in einem Tag ohne praktische Meldungen passieren. Ja, aber jetzt mal kurz, wartest du hier auf einen Kursrücksetzer und würdest du dann kaufen? Oder sagst du, ja, das war jetzt ein Aufbäumen, die haben doch recht, Tesla geht unter? Nein, ich glaube nicht, dass Tesla untergeht. Also ich glaube, Tesla hat definitiv gute Chancen, dass sie da irgendwo als Gewinner aus diesem ganzen Markt rauskommen. Aber ich meine, der Weg ist noch weit. Wir haben Konkurrenz aus China. Ja, ja. Es ist alles da. Also da wird es weiter volatil hin und her gehen. Und ich denke, eben jemand, der wirklich sagt, hey, Tesla, ich bin überzeugt, der schafft das. Ja, der soll seine Aktien einfach behalten, muss einfach damit leben, dass das halt mal wieder 20, 30 Prozent runtergeht. Also unterhalb des Videos sind zwei Links mit unseren Studien. Die neueste von dieser Woche, die andere ist eben schon drei Wochen alt. Da kann man mal nachlesen, wie wir die Situation eingeschätzt haben und wie wir in etwa das Bild jetzt so für die nächsten Monate sehen. Ich denke, du bist jetzt kein Tesla-Fanboy, auch nicht ein Hater. Du schaust das. Nein, und ich meine, Tesla, ich bin nicht amerikanische Aktien am Handeln. Meine Kollegen machen das und die haben das relativ gut gemacht mit Tesla und sind auch überzeugt, dass das an den Fluss weiter hoch geht. Aber eben, ob jetzt ein Rücksetzer kommt oder nicht. Und ich meine, die News mit Ellen sind immer wieder mal gut für 10 Prozent. Also ich würde weiter kaufen hier Tesla. Ich bin eigentlich optimistisch. Aber eben kurz ist sich mit plus 40 Prozent, ist mal das Ding gelaufen. Also wenn ich schaue, auch was Tesla alles in der Queue hat. Also das FSD, Full Self-Drive, was jetzt da dann irgendwie endlich kommen soll. Und das ist ein Faktor. Und was ja auch interessant ist, die haben ja viele neue Geschäfte in der Queue. Nächstes Jahr soll hier dieser Optimus-Bot kommen. Man sieht hier so einen Roboter, der rumläuft und jetzt da Blumen gießt. Der kann auch Kaffee servieren und so weiter und so fort. Eigentlich interessante Dinge. Und überall siehst du dasselbe. Das braucht Riesenmengen an Daten, um so etwas zu konstruieren. Und das hat nur Tesla. Tesla hat das. Ja, sie haben die Daten und sie haben vor allem die Kapazität, diese zu verarbeiten mit ihrem Supercomputer, diesem Dojo. Ich meine, da haben sie ja, man sagt 500 Millionen, die anderen sagen mehrere Milliarden investiert, um das aufzubauen. Haben Nvidia-Chips gekauft, ohne Ende. Und da können sie Terabytes innerhalb von Sekunden verarbeiten. Ja, aber jetzt kurz. Tesla kaufen, mehr aufbauen oder nicht in einem halben Jahr. Halben Jahr, Aktie wieder höher. Ja, glaube ich auch. Es würde mich interessieren, was ihr zu Tesla meint. Schreibt es doch unten rein. Kommentare werden beantwortet. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr Tesla-Käufer oder Verkäufer seid. Ja, und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und vielleicht auch lasst ihr da ein Like da, wenn ihr uns mögt oder abonniert unseren Kanal. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Besten Dank und wir sehen uns hier kurz vor Pfingsten wieder. Vielen Dank.